Da zieh ich lieber wieder ein Kleidchen an und geh zum Straßenstrich. Ob du behindert bist, hab ich gefragt. 3-0 für mein Deal. Schiebung. Schiebung. Was geht ab, mein Lieb, Freunde? Herzlich Willkommen auf die OWG. Ich grüße euch. Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Alles fish, fresh, fresh. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Kollegah. Kollegah hat vor einigen Tagen schon sehr viele Videos rausgehauen, die wirklich in die lustige Schiene wieder gehen. Wie vor vielen, vielen Jahren auch. Was ist denn los mit dir? Einfach köstlich. Was ist denn los mit dir? Von Salatschrumpf der Bizeps. Also die alte Generation wird natürlich wieder hellwach und ist natürlich wieder... Oh mein Gott, Junge. Es geht wieder los. Ja, meine Lieben, Freunde. Ihr könnt euch dieses Video gerne reinziehen. Auf Instagram hat er es gepostet. Auf seiner Seite. Gönnt euch jetzt dieses Video, meine Lieben, Freunde. Und ich würde mal sagen, haut schon mal rein. Oder vergisst nicht natürlich, unser Kanal zu abonnieren, damit wir weiter wachsen können, meine Lieben, Freunde. Das wäre natürlich super. Euer Rap-News-Portal. Die OWG sagt schon mal, Peace and out. Und grüßt mal zu Hause. Peace. Will ich dich nach dem Battle draußen auf dem Parkplatz besuchen. Denn meine Faust ist wie eine Waffe. Wenn ich nachladde und shoote, bist du Katsu-Demo, als wäre dein Nachname Blume. Mann, ich kam hierhin und habe gedacht, dass ich eine Gage kriege. Kolle sagte, reicht nicht der Fame-Bonus? Ich verstehe die Frage nicht. Das ist doch alles Psychoterror hier. Ich werde doch wahnsinnig. Da ziehe ich lieber wieder ein Kleidchen an und gehe zum Straßenstrich. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Schwere Entscheidung. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Aber allgemein will ich mich jetzt auch nicht noch unbeliebter machen, als ich eh schon bin. Deswegen würde ich es diesmal tatsächlich... Seid mal jetzt alle ruhig. Hey. Ihr denkt, ihr seid Rapper. Aber checkt nicht, dass es ohne Anabolen nicht läuft. Da habe ich mal eine Frage. Was ist denn los mit euch? Hey. Was ist denn los mit euch? Was ist denn? Was ist denn? Komm, da reichen mir die ersten zwei Takte. 3-0 Majo. Yeah. Bisschen müde geworden, oder? Erstmal einen heißen Haft hier holen. Komm. Was macht der denn da? Was ist denn los mit mir, Junge? Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit mir? Hey, Video ist ja verboten, ne? Aber dann muss man das... Der ist doch heute als der Kühlsteher. Ja, ich kenne euch schon. Aber... Der ist doch heute als der Kühlsteher. Der ist denn ein Kühlsteher. Also, den kannst du jetzt erst mal bezahlen. Am früchten Polizei. Bezahlen auch noch. Der ist doch noch ein Kühlsteher. Ja. Ja. Der ist doch los mit mir. Der ist doch los mit mir. Der ist doch los mit mir. Komm, da hau die Kohle doch hier auf den Kühlsteher. Der ist doch... Komm, wir haben es doch. Ja, Freunde, das war es schon wieder mit unserem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr diese wunderschönen letzten Minuten euch reingezogen habt. Ihr seid natürlich jetzt am Start. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir ein Gefällt mir da, dass ich noch weiter in den nächsten Wochen schöne Videos für euch produzieren kann. Motiviert mich immer weiter, Freunde. Bisher habt ihr mich sehr motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr krass am Start, sehr aktiv, so wie auch auf Instagram. Da könnt ihr mich auch gerne verfolgen, ja, meine Lieben, Freunde. Weil also, wenn jemand Bock hat, mich mal ein bisschen... Könnt ihr mich gerne auf DOWG Original Hacker4U und das 3DL in der Mitte von nicht vergessen und dann geht's ab wie bei der Love Parade. Peace and out. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst.